Hallihallo. Tag 4 ist zu Ende. Gestern gab es hier keine Food Diary, weil ich eben nicht mehr zu Hause war. Jetzt gibt es sogar ein doppeltes Food Diary. Einmal kommt das und zum anderen habe ich bestimmt hier total viel in den Zähnen. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall kommen jetzt 2 Tage als Food Diary, weil ich auswärtig war. Das ist natürlich auch wieder ganz interessant gewesen um auch glutenfrei auswärtig leben zu können. Und was da passiert ist, das werdet ihr in dem Video sehen. Ansonsten die glutenfrei Info des Tages ist, dass die sogenannte Fibromyalgie oder das Burnout Syndrom, das eine wird eher bei Frauen, das andere bei Männern diagnostiziert, ganz häufig auch einfach nur eine Glutenunverträglichkeit ist, weil die Symptome sich sehr ähneln, aber viele Ärzte die Glutenunverträglichkeit gar nicht auf dem Plan haben. Also von daher, wenn ihr geburnoutet seid oder gefibromyalgiert, dann wisst ihr ja vielleicht hat nur eine Glutenunverträglichkeit. Wie dem auch sei, jetzt kommen wir zu dem 2-täglichen Food Diary. Viel Spaß! So, heute wird ein sehr interessanter Tag, weil ich jetzt früh nur den Smoothie zu mir nehme und danach auswärtig bin. Mal gespannt wie das mit dem Gluten frei wird. Entsprechend werde ich das Video auch erst morgen hochladen können, weil ich ja heute den ganzen Tag nicht da bin, inklusive in der Nacht. So also, was haben wir heute drin. Was ich die ganze Zeit vergessen habe ist dieses MSM-Pulver und davon bin ich begeistert, da mache ich aber noch ein eigenes Video dazu. Also MSM-Pulver ist drin, dann Buchweizen und ungeschildte Hanfsamen, Lukuma ist drin, dann ist drin Moringa, Gerstengras, Weizengras, Ginsengpulver, Nehmpulver, dann ist drin Chlorella-Alten, dann Kelb-Alten, dann exotische Früchte-Mischung, Himbeeren, Grünkohl und Spinat, Bananen, Äpfel und relativ viel Sellerie heute und ich vergesse meistens immer so 4-5 Zutaten, aber hoffentlich erwähne ich immer mal alles irgendwie. Also ihr habt zumindest den Eindruck was es jetzt gibt. Auf der Fahrt hierher und bisher habe ich gegessen Cashew-Nüse und Deligatesse-Feigen. Das hat mir bisher sozusagen den Tag gerendet und jetzt mache ich Möhren und Walnüsse und Cashew-Nüse. Das habe ich alles zusammen angebraten, die hatten ja leider kein Öl und das mache ich und dazu gibt es Kartoffeln. Das sieht man natürlich jetzt auch nicht, weil hier alles beschlagen ist. Kartoffeln und Möhren mit Nüssen. So und das ist dann sozusagen jetzt mein Abendbrot. So jetzt zum Morgen im kurzfristigen Urlaub gibt es einen knackigen Vital-Teller. Vieles frischer Obst, das sind Nektarinen, das sind Bananen, das sind Äpfel, dazu ein paar Nüsse, Cashew und Haselnüsse. Alles das, was wir jetzt irgendwie noch auftreiben konnten, gestern war ja Feiertag. Und ja, das ist jetzt mein Frühstück. So, jetzt sind wir wieder beim Smoothie angelangt. Ich bin wieder nach Hause gekommen und ja, das erste was ich mache ist ein Smoothie. Das Smoothie ist eigentlich die letzten Tage auch so gewesen und da das ja ein Doppelposting wird bzw. im Food Diary eh schon tausend Smoothies erwähnt sind, sage ich noch nicht immer alles. Smoothie, wie immer, bis auf das heute ein bisschen mehr Sellerie reingetan habe und ich habe keine Bananen mehr. Und ansonsten alles dasselbe und das gibt es jetzt. Jetzt zum Abend gibt es jetzt hier noch Tofu und so einen Salat. Und zwar ist der aus Wildreis, aus Gurken, aus Tomaten, aus Zwiebeln und aus Schnittlauch. Dazu Öl und Essig, Salz und Pfeffer. Genau und das gibt es jetzt. Und damit habe ich auch diesen auswärtigen kleinen Ausflug überlebt, und glutenfrei überlebt. Ich hoffe zumindest, dass die Zutaten alles glutenfrei waren und morgen geht es dann ganz normal weiter.